ja hallo meine lieben ich habe eine anfrage bekommen ob die 480.000 euro wohnung die drei zimmer 480.000 euro wohnung hier in der aqua präsidenz ob die rollstuhl gerecht ist denn ein älteres rentner ehepaar hat interesse und da die beiden sind noch fit aber sie haben noch einen sohn der ist gehbehindert und ist auch ein rollstuhl angewiesen deswegen haben sie gefragt denn sie die anlage gefällt ihnen sehr und sie würden auch selber mit dem eigenen auto kommen und mindestens ein halbes jahr hier bleiben und immer wieder und das problem ist halt dass sie einen rollstuhl gerechten zugang brauchen und ich kann hier zum glück positives berichten denn hier ist alles vom indoor pool bis zum fitnessraum bis zum café restaurant und auch der pool ist rollstuhl also gehbehindert und gerecht was los ja ich habe was für dich ja hier fisch fisch ja da aber nicht hier hier dürfen wir es dir nicht geben wir dürfen sie nur draußen geben hier zeige ich es euch ja es gibt nämlich auch rollstühle mit denen kann man ins wasser fahren also hier allerdings muss man da halt schon aufpassen aber das wasser ist ja im sommer hier geht es ja schon los deswegen wenn es da unten im sommer wäre das wäre natürlich blöd also wie ihr sehen könnt hier nur eine kleine 3 cm hohe stufe und dann kann man hier rein und das gute ist sie kommen ja mit einem eigenen auto das gute ist wir haben auch ein parkhaus was von ihrer wohnung aus mit dem aufzug zu erreichen ist das zeige ich euch jetzt hier hier schaut hier nicht mal eine nicht mal ein ansatz von der stufe dann hier b ist unten das parkhaus man kann auch treppenstufen nehmen aber man kommt auch mit dem rollstuhl hin fahre ich mal schnell runter ich habe für meine aussagen immer beweise wir müssen allerdings hier aufpassen da ist halt ein kleiner spalt ja aber dieser spalt hier b muss man drücken dieser spalt ist ja bei diesem großen rollstuhl rädern nicht relevant und jetzt fahren wir direkt runter dass die leute das alles sehen und zur wohnung fährt der aufzug genauso ohne eine treppenstufe okay die wohnung hat nur bei der eingangstür einen kleinen absatz sie haben gesagt fünf zentimeter macht nichts aus der ist aber nur zwei zentimeter und man kann hier auch drückend aufmachen oder ziehend ja das ist also man kann praktisch rollstuhl auch schieben und hier haben wir unser parkhaus und wie sehen könnt viel frei und hier ist sein auto und okay soviel von mir oh moment ich laufe noch bis zum tor vor und dann fahren wir mit aufzug hier hat man platz sich festzuhalten und also die wohnung ist top in dem fall würden dann die eltern praktisch unten sch selfish so dass dieser du like wo oben man rsein geht und frames stufe oder treppe runter geht und man kann da keinen zweiten eingang machen das habe ich schon mal nachgefragt das geht leider nicht so also wie sehen könnt ihr alles guter Zugang. So, und ich hole jetzt mein Auto von der Werkstatt. Also wie schon gesagt, wir haben hier überhaupt nichts vom Erdbeben, keine Risse, gar nichts. Gar nichts. Und hier ist der Hausmeister und hier ist der Security. 24 Stunden. Merhaba, lass uns. Merhaba, Benedikt. Das sind die, das ist die Verwaltung. Hier funktioniert alles. Ja gut, also diesen Weg darf man dann nicht gehen. Wir haben eine Stufe, aber wir können von da vorne ohne Stufen zu dem Fitnessbereich. Und die Wohnung wäre ja hier oben, ja, das wäre Block A. Und übrigens haben hier nur dieser Block und dieser Block Aufzugszugang zum Parkhaus. Die anderen müssen die Zugänge praktisch dann hinlaufen und dann mit dem Aufzug runter zum Parkhaus. Okay, also eine wunderschöne Anlage. Ich wohne ja nicht umsonst hier. Wenn sie nicht gut wäre, würde ich hier nicht wohnen. So, danke, liebe Grüße.